Hallo Daniel, ich heiße Sie herzlich willkommen. Oh, danke. So. Wir haben heute den 2.4.2015, es ist 23.54, noch 6 Minuten. Noch 6 Minuten, Daniel! Was denn dann? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Dann geh ich jetzt mal schnell kacken. Oh mein Gott. Du weißt es wirklich nicht. Die Verena wird älter. Ja. War auch nicht schwer zu erfassen. Dann geh party hard. Wo ist mein Bier, Verena? Wo ist mein Bier? Ja, weiß ich nicht. Ich hab auch keins. Jetzt müssen wir die Mucke lauter machen, weißt du? Ich hab keins. Mehr Feeling. Mach lauter. Das ist echt gut. Party! Noch 5 Minuten. Oh ja, ich kann die Ole lesen, Verena. Ich kann nicht mehr als drauf, nein, Spaß. Verena wird älter. Ole Ole! Ja. Ja. Daniel? Ja. 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 Nix. Okay. Daniel, sag mal was. Nein, sag mal was. Was? Richtig. Was? 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 Wir brauchen was. Noch vier Minuten. Nein. Die Zeit geht so schnell rum. Deshalb bist du Rentner. Keiner. Ha! Ey, bist du behindert, ey? Kenas, das reicht aber. So, Kenas. Damit das mal hört, ne? Ich werde 25 und nicht irgendwie 80 oder so. Das ist ein Grund, dass du heute sehr lang wach bleibst. Meinst du? Meinst du? Meinst du? Ja, think der knocked. Meine Damen und Herren, so wie Sie sie hören, hören Sie nix? Meine Damen und Herren, wir hören sie nix? Aber das muss auch so sein, dass alles legitim so ist. Ja, auf jeden Fall Johnny. Oh, ja. Oh, Mann. Und noch ein Millimeter. Noch drei. Alter, wieso geht die Zeit so schnell vorbei? Ach, das ist doch scheiße, ey. Oh, du. Vielleicht kommen sie alle aufs TS, ey. Dann wird's rammelvoll hier in der Bude. Ah ja, dann geht's nicht rammelvoll. Oh, freu ich dich schon drauf. Ja, erzähl mal was. Was? Also, ich bin Slyfax und ich kann was gut erklären. Und zwar, das ist ganz besonders. Okay, dann machen wir heute mal ne Umfrage. So, Slyfax, wie finden Sie denn CSGO? Das finde ich eigentlich relativ gut. Aber ich hab da ein kleines Problem mit. Und zwar, ich zock jetzt nur noch offiziell auf ESEA-Servern. Und sonst eigentlich ja alles. Das ist mir alles zu länge, Kram, du. Weißt du, da jetzt... Mach mal ne andere Stimme. Hörst du da nicht so stimmen oder was? Hörst du da nicht so stimmen oder was? Wenn nicht Jesus. Ja. Du hörst drauf. Und ich spiel gerade. Tschöne, ich spiel... Hol mal Kai Uwe ran hier. Kai Uwe ist anwaltig. Aber was kommt mit Kai Uwe ran? Kai Uwe ist geil. Ja, ja, warte, warte. Kai Uwe... Hey! Das nehm ich jetzt alles auf hier, ne? Hallo, ich bin der Kai Uwe. Und wie wir inhafe, gleich schon 20. Ich bin noch. Ich feier dich so, ey. Und die Musik, die ist im Hintergrund. Und die Töten in Secken. Und die Geräte, die wird gleich schon 20. Und die Töten in Secken. Ich bin gleich verliesslich. Ich darf jetzt noch mal rennen alle Knöchen. Äh, ich... Und... 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 Dankeschön! Mag Herbert, mag dein Freund Meeresfrüchte? Alter, hast du das ihm gehört? Was? Ich hab nichts gehört, weil dein Mikro ist nicht angesprungen. Oh, Christian hat für mich gesungen! Was? Ich muss doch noch mal wiederholen! Wir müssen heute die ganze Nacht jetzt Go zocken. Was? Ich glaub, ich hab dich gerade verhört, oder? Die ganze Nacht jetzt Go zocken. Alter, was ist mit dir los? Alter, das macht Spaß. Ach, das... Ach so, jetzt hab ich's verstanden. Das war ein April-Scherz. Willst du wissen, wie ich mein Geburtstag gefällt hab mit Tokoy? Oh Gott. Tokoy war irgendwann recht besoffen und wir haben nur noch CSS, aber die ganze Nacht gespielt. Und Tokoy hat... 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 also echt halbe Stunde lang gesungen für mich. Und da hast du diesen gesoffenen Kopf. Du willst nicht wissen, wie ich das angehört hab. Alle waren am Lachen. Wir haben gratuliert und so. Okay. Warte mal. Ich habe da was, ne? Das find ich richtig... Oh mein Gott! Alter, du bist so eklig, ne? Ja, komm, meine Rosette lecken! Alles gut, Sirena. Spaß beiseite. Ja. Ja, ja. Moment... Momentchen, bitte. Momentchen. Ähm... Das musste dir mal... Ach so, ja. Warte mal. Ähm... Warte kommt sofort. Wenn das Beste kommt, ist es gut. Warte kommt sofort. Wenn das Beste kommt, ist es gut. Oh ja, wir werden auch darauf zu tun, ne? Hahaha. So, hörst du dich an. Tsch... 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 Vereine, der war nicht schlecht. Aber Gott, der war schlecht. Oh... Das ging schon bei uns in die Klasse. Im Wettbewerb immer... Ähm... ... Tsch... Ch... Hier, es läuft. Mach mal was an dich. Guck dich doch mal an, du Kochbar! Oh, ist nämlich schade, Alter. Warte. Oh, oh, das ist schön. Das, das, das Video hat mir ein bestimmter junger Mann geschickt. Der heißt Janik, den kenn ich schon von klein auf, ja, und ich spiel's einfach mal ab. Okay, ich muss noch an die WhatsApps, guck, was es wäre, Mart, kurz. Okay, das reicht dann auch. Dankeschön nochmal an dich, Janik. Hast du sehr gut gespielt auf dem Klavier, finde ich schön. So, und damit... Was? Okay, das musste ich auch nochmal abspielen. Hier, unser Freund Slowfax hat mir auch gerade was geschickt. Irina, die alte Olle, die ist jetzt 25, hier auch noch mal alles shooten. Ja, sehr schön, Dankeschön, Daniel. Das ist nur 20. Ja! Oh Gott, ich sterbe, ehrlich. So, meine Freunde, wir machen jetzt noch weiter hier mit einer kleinen Party und ich verabschiede mich erstmal und sage Tschaui. Du sagst nicht Tschüss, okay, du bist aber gemein, ne? So, meine Freunde, wir machen jetzt noch weiter hier mit einer kleinen Party und ich verabschiede mich.